ist einer von uns die zehn verschiedenen punkten oder so dieser für karte markiert haben wo man hinkommen kann mit einer handvoll leuten allerdings haben sie die waffen von den dingern weggenommen ja also kodierung ist immer noch überlastet meine cp hat eine hundertprozentige auslastung das gefällt mir nicht was hast du als preset eingestellt wie meinst du naja es gibt auch fast ultra fast und co 1 2 wenn dabei einstellungen wirst wo bs stream also ausgabe stream und dann gibt es ja prozesse auslastung voreinstellung was hast du da mal kurz stream super fast okay da wird also wenn der code wenn es ausgelassen ist musst du da halt einstellen dann wäre es da ultra fast ja man mich wundert das hat es ist erst so schlimm nachdem ich mein pc neu gemacht habe vorher ja ja vielleicht ist da irgendwo doch ein defekt dann so sagt an wohin davon aus dass mein netzteil das da vielleicht irgendwann abgefackelt ist und irgendwie das stimmort nicht mehr ganz wenn du wenn das netzteil kaputt geht hast du ganz oft dass dir irgendwie das mainboard mitbrägt oder die cpu und ding weg hat oder sowas so ein kurze überspannung gab ein bisschen weiter vielleicht hier so ganz schön weit finde ich da kann ich so weit fliegen er hat er hat da so ein kleines problem wir können auch wieder da hingehen da können wir auch hingehen ja vielleicht noch eine markierung drei stück halten also sind besser hatte kein problem und ich hatte eine bitrate von 5000 die bitrate ist relativ egal was das dann angeht und prozessor auslastung ist bei 81 prozent ja weil das interessant ist das preset wenn er da schon überlastet ist hast du meistens auch mit der bitrate keine chance wo fliege ich eigentlich hin ich idiot das weiß ich nicht komm mal wieder zurück auf dem weg gegner verwirren oder wie wir sind wieder alleine aber da drüben wo wir beim letzten mal rüber gelaufen sind nach katka da kommen welche runter auch wird von von hausdach geflogen mit dem kopf gegen die mauer der schaden der schaden ist berechtigt diesmal bei rot kommt auch einer runter bei uns hier gleich daneben in den roten häusern auch auf dem auf dem feld die ja okay das heißt schnell waffen finden könnte sein dass der danach rüber wir waren da gerade abgeschwenkt scheint nicht zu der gruppe daneben zu gehören okay ich bin voll ausgerüstet ich habe eine weste und einen rucksack voll ausgerüstet ich bin voll ausgerüstet ich kann mich mit fäusten wehren ach mein kopf das auch mein wenn es im einkauf klappt weil ich habe eine schroth und eine handfeuerwaffe das ist ja gute schroth habe ich immerhin jetzt auch ich fühle mich bloß ohne helm immer so nackt und ne rumpa wenn du wenn du eine umpa haben willst für den übergang sagt bescheid dann gebe ich ja würde ich gleich glaube ich nehmen wollen besser als nackt dazu ich habe auch eine force ist alles gut ich habe eine force ist kann man auch auf nahkampf spielen aber jetzt ist nur noch die cpu ausgelastet auf 100 prozent wieder aber ich habe keine probleme mit denen es ist es immer so 90 98 97 96 96 und dann geht es wieder auf 100 70 und dann geht es auch mal wieder auf 100 näher die möglichkeit wäre die effekte runter zu stellen hier in pub die effekte sind cpu lustig es ist halt wenn du dich nach links rechts und nach oben so drehst wenn du dich halt viel bewegt sind vielleicht auch mal auf niedrigen wir sind durch hier mit dem blut bei dem roten sagt dass jemand runter gekommen ja auto straßenseitig jetzt fährt vorbei okay ist weg werde in die zone aber es wird auch militärer zone wir sollten auch in die richtung schon mal weit von der zone wo dahin gehen das wasser ja können wir gerne versuchen da werden zwar auch welche sein aber wir können versuchen wir können die häuser auf dem weg dahin noch mitnehmen auch eigentlich brauche ich nur noch einen rucksack brauchst du noch eine waffe würde ich durchaus aufnehmen ich mein vss ist ja ganz lustig um ein bisschen zu trollen aber um ernsthaft ein squat zu killen ist schwierig auf entfernung ist die vss gar nicht so scheiße ich finde schon du brauchst sechs treffer um jemanden zu und bei zehn schuss im magazin sind sechs treffer schon übel hättest du auf mich auch für mich auch versuchen um zu rennen entschuldigung ich wollte deine deine anforderung deiner aufforderung folge leisten und etwas außenrum laufen hier unten steht den wagen ich weiß nicht ob der das bohnt in dem fall bin ich mir unsicher wenn ja sollten wir uns den vielleicht krallen vielleicht der von denen eben könnte auch sein die sind mit sowas gefahren da können uns trotzdem mal die häuser da angucken ach die haben zu gefahren ja wir müssen muss aufpassen im wald waren welche also wenn wir hier looten müssen wir jetzt schnell sein ich habe eine akm auf nahkampf reicht wo ich weiß gar nicht was ist stärker die akm die umbau die akm aber du musst treffen mit der die hat halt einen extrem hohen rückstoß das ist halt das problem mit der ist ungelootet sind alles noch zu ein rohlo für jemanden der möchte ich nimm es nur ein rucksack wenn es sagt bescheid ich hatte vorhin eine waffe die ich hätte dafür benutzen können aber keine muni dann auch ungünstig hier ist noch ein rucksack wo denn hier in der kleinen hütte hinterm haus hier wäre auch noch einer bei mir unten hier in so in der kleinen kammer gerade da näher dran andere seite unten und oben wäre auch noch eins der in dem rad pfanne okay ich bin durch ich auch ab zum auto und weiter oder was also ist das gleiche fenster nein allrounder hat ein zweites genommen weil ein einer hat noch ein fenster zerschossen oder du los geht's wohin ja ja wobei wir auch eher gucken sollten dass wir da ein auto für einen boot oder so finden zum rüberfahren anstatt zu looten ich musste echt mal eine lösung für die auslastung ich verstehe es nämlich auch nicht er ist halt das du deine cpu ist relativ alt also und pubg ist unoptimiert beides zusammen ist schwierig auf dauer ja und schon meine idee nein ich hab doch weggelenkt ne du hast genau hingelenkt nein auf meiner fast wo hab ich weggelenkt mein fx 8320 ist schon ein bisschen deswegen sag ich ja der ist halt schon ein bisschen in die tage gekommen ne ich bin nur mit dem ob ich auch wissen oder auf die offene setze wenn du keinen zweiten pc nimmsten im reisen ich meine wir fahren wo willst du hin hier ist kein boot ich bin auch schon anmeldingen die 1080 zum zusammenhang mit den weisen soll ja am besten laufen wir haben 1600 unten in reisen also werden reisen 1600 und gtx 1060 und es läuft einwandfrei alles wie viel habt ihr für den pc bezahlt ähm wir haben nach und nach wir haben halt nach und nach geholt wir haben mir die grafikkarte gut als die günstig waren ich komme jetzt hier ja aussteigen wir haben uns halt eine grafikkarte gut als sie noch günstiger waren als aktuell wir haben halt anstatt für die die 1000 ist ja inzwischen schon bei fast 400 euro wir haben da mal wir haben knapp 300 bezahlt für die und den reisen der hat halt 200 knapp gekostet plus arbeitsspeicher plus mainboard ja um die 700 ungefähr 700 netzteil haben weiterverwendet festplatten weiter und gehäuse hat weiterverwendet ja ich werde wahrscheinlich auch beziehungsweise netzteil ja noch zu weihnachten geschenkt genau ich habe jetzt noch ein netzteil liegen wobei ich halt um überlegen bin erst zu übertakten wenn wenn ich ein anderes gehäuse habe ist halt nicht so lüftungsfreundlich das hier ne meins auch nicht das ist mein problem ja und bei reisen würde ich halt entweder den den 600er oder den siebenhörter nehmen und dann selber übertakten leute die zone kommt ja wir müssen weiter shit ich habe mir nur noch schnell ein zweier rucksack zwei helden besorgt ja ich habe auch noch ein zweier rucksack gerade gefunden ok auf geht's ich finde die fensterspringanimationen voll geil ich habe leider schon ohne mich wir gucken ob wir schon eine möglichkeit zum rüberkommen finden wollen die mich einfach nicht dabei haben die beiden oder wollt ihr im auto euer hochzeitstag feiern wir haben kein auto wir haben kein auto wir laufen ach so genau wir haben ein boot wenn du kommst ja na komm hopp 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 ich bin ja schon unterwegs ich bin halt fett lasst mich ich brauche die zeit ich brauche mal einmal rückendeckung wir sind schon rüber hier aufs wasser wir sind schon am boot ja und ich bin noch im schwimmen ne da kann man laufen immer schwimmen 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 also ich ersetze mich erst ins boot soweit ihr hier seid ja natürlich so und ab zum boot findet dory welchen fandet ihr besser nehmen oder dory dory haben wir nicht gesehen keine ahnung ich habe beide nicht geguckt wie dory habe ich nicht gesehen nein so alle mann hier alle mann und die eine frau ist auch hier ja gut rein gut fahr uns rüber in die zone einfach und den rest laufen wir da drüben dann wir müssen muss aufpassen in der brücke ja kann man aus dem boot gar nicht schießen ja kann man es vom jetski schießt du einhändig egal was für eine waffe du hast weiter gehen nicht die sind ja so noch drin die häuser würde ich sagen nehmen wir uns gleich mal vorne ja ich habe keine heilung und keine zweite waffe ich habe ump vss ich habe eine ump und eine akm ja du machst den meisten schaden von uns also du musst also töten ach mit der ump geht das ganz gut vss auf auto geht auch aber ich habe keine heilung wenn ich einmal down bin bin ich down ich habe ich habe eine ganz große sanitasche und ich habe verbände lässt hier gerade eiskalt den erste hilfekoffer liegen wenn du willst die wäre noch eine ump ich gebe dir auch money ab den erste hilf nicht liegen lassen doch du hast den erste hilfkoffer liegen lassen echt ja direkt vor der tür ok ich habe aber drin noch einen gefunden also also wie gesagt hier wäre eine ump zum abgeben mal kurz auf die zone warten weil ich nehme die akm jetzt ihr könnt auch nach drüben landen ne das wisst ihr jungs zum lück haben da wo wir geparkt haben noch ein boot auf der anderen seite von ne es wird nicht drüben es wird ne novo kreis es ist aber weit von hier aus dann los mein game ist gecrashed oh super na 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 wir laufen schon mal weiter hier runter hier runter hier runter ich komm nach auch schade das wäre natürlich voll deiner loot jetzt hier sofort runter würde ne laufe ich eigentlich rum oder bin ich stehe ich keine ahnung ich glaube du bist irgendwo in deinem haus oder doch du läufst gegen eine wand gut eine wand ist in Ordnung weil Blickrichtung wäre jetzt weg gewesen von der zone wenn ich da irgendwo durch glitsche durch ne wand oder so und dann weg laufe so schön ins wasser wieder rein und zurück ja genau am besten noch ertrinken Pia und Vengard spielen zusammen Pia kriegt nen disconnect läuft und läuft und läuft und kriegt so nicht einmal abgeschossen das ist mit mir und First genauso passiert weil First hat ja sein 22 Uhr disconnect immer gehabt ja weil er den router nicht umstellen kann ja genau und der als einem Mensch für sich ne ja und das eine mal lief und lief ewig weit weg so ich bin gleich wieder drin ich seh schon das Bild ok ich bin auf jeden Fall mir jetzt doch gucken dass ich demnächst mir was neues zuleg ähm ich hab keine Waffe ich hab grad ne unsichtbare AKM in der Hand hm warum nicht wenns sein muss werde ich mir äh also wir könnens ja die AMD her ja wie gesagt ein Ryzen PC wenn es sein muss guck ich ob ich ne Finanzierung krieg ja deswegen also war kein Fan von Finanzierung weil ich dann irgendwo Schulden hab und ich hasse Schulden zu haben aber eine CPU für Streaming wenn du keinen zweiten PC haben willst nimm den Ryzen einfach die Mehrkernanzahl die macht das so bemerkbar ähm Mondi hast du ne UMP hast du ne ich hab ne VSS da lag ne UMP von mir ne M16 Mondi falls du eine willst ich will jetzt eigentlich ungern zurück kommen weil die Zone gleich ne zurück sowieso nicht mehr ja gut dann äh lasse ich die M16 hier liegen obwohl tausche ich dir gegen die AKM ne ich tausche ich die und die UMP ich hoffe dass ich hier ein Militär hier was finde ich lass sie hier liegen ist besser boah wir müssen noch komplett über die Milly rüber ne so ich hab Allrounder gleich eingeholt da in dem Haus liegt ne M16 weil du ja unbedingt eine willst ne ich lauf jetzt durch sonst schaff ich's nicht mehr und ich hab nicht genug Heilung als dass sich das lohnen würde dann bleib ich auf AKVSS ähm ich seh gerade mich selber da hinten am Wasser stehen wir haben ne Mini äh man sieht doch so von den Mitspielern dieses ähm welche Nummer man hat und den Namen der ist bei mir immer noch da wo ich gegen die Wand gelaufen bin bei mir mein eigener ne wenn du zu uns guckst siehst du doch immer ähm Kailan ist Nummer 3 ja und so und ich seh mich selber als Nummer 3 am Wasser stehen warum nicht boah ich hoffe hier ist vielleicht kein Spieler der uns überrascht also bis jetzt war hier noch kein Spieler und Wende müssen sie jetzt selbst in die Zone laufen ja weil selbst von hier aus ist das noch sehr sehr weit komm ich nicht das Flugzeug da rechts nehmen mal rein fliegen mal rein fliegen wenn du übers Feld läufst da liegt ne K98 ja 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 die ist noch relativ groß dürfte die zweite sein ja dann geht das dann ja aber ich hab halt nur Verbände das ist halt das ja 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 deswegen mein Name fehlt der ist am Wasser na super habe ich dich getroffen ja aber du hast komplett West und Helm verfehlt gut ja wenigstens etwas also Schatz nicht wundern ich bin jetzt bei dir hinter dir ich komme in diese komische Lagerhütte rein ja ich dachte hier kann man kurz noch looten weil das ist ja wirklich ja die Zone ist da jetzt hier irgendwo durch ach da ist der Ausgang okay gerade noch ein zweifach Visier mitgenommen ja ich glaube da ist der Ausgang ja genau wären wir jetzt hier dritt verreckt ne deswegen wundert euch nicht ähm ich bleib mal lieber dann ganz nah bei euch ne damit ihr mich nicht immer abschießt hatten wir auf jeden Fall brauchst du schon erste Hilfe für das Kasten nein nein alles gut ja so viel hast du du hast mich kaum getroffen was das angeht wollen wir noch mal gucken auf hier in den Häusern ja wir gehen da nochmal reingucken klar ja bleibt uns ja nichts anderes übrig wir haben kaum Heilung dabei ne mhm boah das mit meinem fehlenden Namen dass mein Name da hinten stehen geblieben ist das ist jetzt echt kacke ne ja weil wir so nicht wissen ob du es bist oder jemand anders ja den Bug hatte ich aber auch noch nicht ich bin der komische Depp mit der VSS ne ja ja jetzt wird es dem Kasten nur einen geben mit der Frau es ist Tatsache kein Name der steht echt da hinten noch ja krass ich hab meinen Namen vergessen hm schön ok das ist Engelchen ne der vor uns läuft ja ja ich renne die wie unser wie unsere Engelchen damals sagte hast du Alzheimer oder was ja immer das war wirklich immer so hat einer hat einer öfters die Hausaufgaben vergessen ja kriegst langsam Alzheimer oder was Hausaufgaben vergessen was oder so war so ne Sache ne was sind Hausaufgaben hm was sind Hausaufgaben die hat man doch eh nie gemacht das stimmt selten ja irgendwann haben uns die Lehrer gar keine mehr aufgegeben weil sie wussten viel macht eh keiner selbst Psychologen sagen ähm Hausaufgaben bringen überhaupt nichts die sind auch unnötig weil es einfach nur Freizeit wegnehmung ist genau die machen es eh wenn wenn man es in der Schule nicht gelernt hat lernt man es zuhause alleine auch nicht knubbelt ihr euch da jetzt in diesem Ding? das hier Zeit nein ich will ich nehme lieber die Vector mit ja klar als ich will da wenigstens an die Steinformation ich will da wenigstens an die Steinformation ich habe auch ne AKM in der Hand der AKM hat echt nen ekligen Rückstoß willst du ne Zweifachvisier? äh ne ich immer kein Zweifachvisier das hast du wie die ich habe Red Dot auf der AK und ich habe äh Vierer auf der VSS höh also ungewollt Vierer ja ich habe das Gefühl immer dann wenn es wenn ich wenn wir auf freien Feld sind ist die CPU-Auslastung geringer äh als wenn wir halt jetzt über Steine rumlaufen ich gehe davon aus das muss weniger rendern mhm obwohl ich gehe davon aus ich behalte meinen jetzigen PC und nutze den vielleicht als zwei PC mit ja bist du links keine Ahnung wo dass ich mir da vielleicht einfach so ne 60 Gigabyte HDD raufhaue mhm ja gut klar ich meine ich brauche ja keine Leistung dafür wenn ich den übertragen will ne mhm ja ein klar äh die CPU muss trotzdem was leisten können weil die rendert dann das Bild zum übertragen richtig aber wenn sie nur das macht braucht sie weniger als wenn sie noch das Spiel mitbearbeitet das ist wiederum wahr siehste das würde meine FX dann ja auch reichen ne ja dürfte eigentlich reichen kann man ja kann ich jetzt so paustal nicht sagen wenn er natürlich ein Defekt hat nicht ne kann man das du müsstest halt irgendwie rausbekommen was da von einem Defekt ne kriegst du nicht raus ob die CPU und Ding weg hat passt auf ne wegen Hügel und so und Co wir sind gut in der Zone ich würde fast warten wollen mhm gerade weil unter uns wahrscheinlich noch Nachzügler kommen jetzt fehlt uns ein richtig gutes Scope ne ich hab einen 4er reicht das? ja ich erinnere mich dass ihr die M16 mitgenommen habt echt? ja aber irgendwo ähm um den Berg rum fast würde ich sagen ja die sind sehr sehr weit weg also sie sind aber was schießt du? ne nervöse Zuckung? ja 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 kenn ich super schön verraten kenn ich ja das ist die Straße ok ich wollt grad sagen da steht ein Auto aber das ist ja die Straße sorry Mondi es kommt vor hab ich auch ab und an ja hier den Rücken lass uns hier bleiben wir sind drin wir haben hier einen geilen Hügel ja gerne kann sich die Zone in diese Richtung hier verlagern ne Engelchen ja ich weiß siehst mir auch gerne mal den Hintern ich habe sich zweimal gekillt ja das ist nicht ein toller Ehemann und 3-4 mal angeschossen im Hochzeitstag ich 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 tot ja denkt dran ich ich kuschel hier mit euch ne so es wird gleich richtig eklig wenn irgendwie Gegner ganz nah uns dran sind ne im Zweifel schießt mich über den Haufen ne ich kann dich an deinen Schuhen erkennen ja aber im Gefecht auch im Eifer weiß ich nicht ja das ist es nämlich wie gesagt im Zweifel killt mich lieber und killt die anderen im Zweifel sag einfach wir schießen dich gerade ab ja ich meine wenn ihr gut trefft dann hab ich keine Chance mehr dann sollte ich schneller tot sein als ich sagen kann ich auch gut treffen ne aber ich ich bin da recht gut gefützt du machst dich immer schlechter als du bist ne du hast auch schon einige gute Kills hier drauf gehabt von daher ich meine die AKM die wir jetzt haben ist eh ne Rotzwaffe damit zu verfehlen ist nicht schwer aufm Haus ist er im Haus an sich im Nahkampf ja aber selbst da verfehle ich noch zu häufig mit der AKM weil die einfach so viel Rückstoß hat wenn ich hier immer ne Bombe reinwirft haben wir ein Problem ja also jetzt ne K mit dem Nachfasskorb und den da oben hoch das wär da oben sitzen welche irgendwo man hörts ja deswegen wenn die uns da oben hochgehen und von hier unten nach da oben hoch und abschießen weil wir sind ja eigentlich recht gut geschützt ja aber wenn die uns sehen da oben dann haben wir ein Problem boah wo können wir uns hier unter dem Baum verstecken also die haben da ein bisschen Probleme ja klar also für hinten kommt aber anscheinend nichts mehr ja ich meine das sind noch 14 am Leben ne echt? oh nicht mehr viele 11 ja das sind auch noch wie viel? 11 ein 3er Team ist nur noch quasi 9 ja so ungefähr das 3er Team so ungefähr dann werden wir da oben nicht mit reingerechnet in die Rechnung ne wir werden abgezogen da also wir müssen uns selber davon abziehen es sind also noch 11 es sind 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 noch 11 12er Team sein wenn natürlich es ist jetzt nur von der Theorie her gesagt ne mhm das wäre halt jetzt kommt nichts Corona also das wäre das das was möglich das schlimmste mögliche wäre 2 4er und 2 3er Teams das wäre natürlich schön wenn wir jetzt mit so einem Rotzwaffen Dinner kriegen das wäre irgendwie traurig und geil zugleich das ist bei uns nichts ungewöhnliches mit so einem Rotzwaffen weit zu kommen hast du eigentlich aufgenommen oder hast du vergessen? was? aufzunehmen hat da angefangen nein 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 ich nehm immer noch auf die ganze Zeit achso du machst also ein Durchgehen äh weißt du noch die Runde mit Felfaris? fast kein Loot und trotzdem Chicken Dinner ja wir hatten kein Loot ich hab mein Arschchen gehalten und mit Engelchen überlebt weil er einfach schneller war im Haus ich dann dachte gut wenn du es eh nicht mehr schaffst kannst du ihn auch schützen ja und dann holen die beiden noch den Chicken Dinner ja wir haben eine dann wollen wir hier noch einen ordentlich platen einen Moment würde ich fast noch warten wollen nicht dass von links den Häusern da was kommt weil die haben einen Ticken weiter zum laufen die müssten uns quasi in die Arme laufen dann äh Schüsse ganz nah Frau Anna bist du das? ne das war ne ähm war ne Fünfer Munitionswaffe ah von irgendwo wurde ich abgeschossen von unten ja der hat nen Hit auf jeden Fall der ist nach unten ist tot Allrounder warum läufst denn du raus? Allrounder hat nen Disconnect ja also bin ich alleine ja Allrounder ist nach unten gelaufen und hat Disconnect da ist ihm wahrscheinlich grad die CPU abgerauscht Deine Pech hat schon ja du hattest auch noch Fünfer Muni ne? ja pass aber auch irgendwo hat uns jemand geschossen ne? also die hat den Mini 16 ja hab ich mir genommen ich hab's berutscht ich hab 17 Uhr zum Nachladen ja viel hatte ich nicht mehr ich weiß ich muss jetzt gleich los ok das macht auch nicht mehr das macht auch nicht mehr dann kann ich auch auf der bleiben ja gut dann kann ich mal ganz kurz aufs Klo gehen hol uns das Dinner ja Solo alleine mit nur 14 Munition ja jeder Treffer muss sitzen ne? und da ist mit der PC wieder ausgelangen ja du bist grad voll aus der Zone rausgerannt während meine Frau abgeschossen wurde ach na super also bin ich tot du bist tot meine Frau ist tot ich bin alleine ja ich hab noch 17 Schuss zum Nachladen ja ich lass jetzt einfach den den Stream weg ja ist besser ja ich mein wenn das vorher alles so lief dann hört sich's tatsächlich an als wäre die CPU in Mitleidenschaft gezogen zum Kotzen zum Kotzen jetzt ohne gleich alles schmalzmalen zu wollen aber das hört sich ganz stark da nach ran gehe ich auch ganz stark von aus du knackst gerade merkwürdig und jetzt bist du ziemlich leise auf einmal besser? ja gut boah ja ich will spectaten so ihr beide holt jetzt den Sieg äh ihr beide ich bin alleine wohnt die noch am Leben oder sagt's einfach nicht? nein sie ist auf Klo achso sonst muss ich gleich mal ganz kurz gucken ich bin auch noch mal ganz kurz auf kam kommt noch ist aber lustig Außerrounder ja du bist plötzlich weggerannt komplett aus dem Bild raus weil nachdem ich tot war bin ich auf dich geswitcht automatisch flupp warst du raus aus dem Bild ich dachte so geil ne? oh das ist mies was ist das für ne scheiß Zone jetzt hier gerade und zwar hinter ich fühl mich hier gerade ganz wohl meine ich ja kannst du hinter den Baum wollte ich ja nur fragen weil dahinter ist ja besser na Arounder Arounder? bist du noch da? ne er war kurz aufs Klo achso er ist auch aufs Klo ja 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 er meinte wenn du grad nicht da bist kann er auch mal schnell Lass sie sich da um gegenseitig klingeln oh noch drei noch drei ein Team gegen mich oder zwei einzelne gegen dich ja ich vermute ein Team warte sie müssen runter zu dir krass sie müssen runter zu mir sie müssen zum Teil aber sie wissen wo ich bin weil das ist glaube ich die noch die pass auf dass jetzt keiner hinter dir ist da da drüben hab ihn gesehen pass auf aber einer ist noch ne? oh shit der hat was richtig dickes hast du gesehen ja? da steht relativ offen wenn ihn jetzt der andere sieht kannst du Glück haben runter gegangen Richtung deinem Baum dann denkt daran du seid noch zu dritt ja was soll ich machen ich hab keine Chance ich hatte keine Weste mehr nichts naja gut egal was solls aber er meint zweiter es war nur noch ein Team ja es waren also doch zwei gegen dich ja naja perfekte Runde meine Stimme versagt immer mehr naja perfekte Runde meine Stimme versagt immer mehr ja 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 ja